Heute kommen wir mal zu einem kleinen Informationsvideo zu meinem Kanal, meiner Serie und wie es mit Gravity Falls weitergehen wird. Auch werde ich ein wenig schon mal auf den Weihnachts- bzw. Geburtstag-Stream eingehen, was ich mir denn da so gedacht habe und mit welchen Gästen ihr so zu rechnen habt. Also wollen wir doch zuallererst einmal mit dem Thema Gravity Falls anfangen, denn ich denke, das wird euch am meisten interessieren. Und zwar werden sicherlich viele von euch denken, dass ich Gravity Falls jetzt auf diesem Kanal nicht mehr machen werde, was auch die momentane D-Abo-Welle erklären würde. Aber da kann ich euch beruhigen, denn Gravity Falls ist auf diesem Kanal natürlich nicht komplett weg. Es geht halt nur anders weiter. Ich möchte es halt nun etwas anders machen, als ich es bis jetzt aufgezogen habe und in einem anderen Stil fortführen. Aber dies muss ich mir erst überlegen, wie ich es genau machen möchte. Zum anderen habe ich mir überlegt, dass ich als 20.000 Abonnenten-Special die letzte Folgenanalyse rausbringen werde. Aber auch meine Serie hat etwas mit Gravity Falls zu tun. Denn in jeder Folge werden wir Sachen verstecken und es wird um Mysterien und viele andere übernatürliche Sachen gehen. Jede Folge der ersten Staffel wird um etwas anderes gehen und werden auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Aber schaut etwas genauer hin, dann werdet ihr die Zusammenhänge vielleicht erkennen. Und wenn die erste Staffel dann vorbei ist, werden in der zweiten Staffel die jeweiligen Folgen weitererzählt. Viele von euch werden sich sicherlich noch daran erinnern, dass ich damals gesagt hatte, dass es um drei Fraktionen gehen wird, die gegeneinander kämpfen. Diese Idee mussten wir leider verwerfen und haben uns nun für diese Idee entschieden. Die Staffel wird mit einem kleinen interaktiven Horrorspiel anfangen, wo ihr selbst entscheiden könnt, was ihr machen wollt. Ich bin schon sehr gespannt, wer von euch das Spiel überleben wird. Jede Folge oder besser gesagt jedes Video, was mit der Serie zu tun hat, wird mit diesen beiden Totenköpfen unten im Thumbnail gekennzeichnet sein. Und wird ein Devil Brothers Studio Intro haben. Auch wird im Titel Staffel 1 drin stehen. Somit hatte mein letztes Video nichts mit der Serie zu tun, für die Leute, die dies geglaubt hatten. Aber selbst mein letztes Video lässt den Geist und die Seele von Gravity Falls weiterleben. Da ich auch in solchen Videos immer Secrets verstecken werde, die entweder Anspielungen auf andere Videos von mir oder Anspielungen auf Gravity Falls zeigen. Und daher seid auch ihr herzlich eingeladen, selber Analysevideos zu meinen Videos zu machen. Wo ihr die ganzen Secrets und Anspielungen zeigt, die ich und Monty so versteckt haben. Somit kann man schon fast sagen, dass ihr nun Devil King seid und ich Gravity Falls. Aber kommen wir nun zum Weihnachts- bzw. Geburtstags-Stream-Special, welcher am 23.12. beginnen wird und bis zum 24.12. geht. Dies wird ein sehr interessanter Stream auf Twitch werden. Denn dort werdet ihr die Möglichkeit haben, mit mir oder meinen Gästen, wie z.B. Dextrateim, Hados, Monty oder Frigo, Fragen zu stellen und sogar mit uns zu zocken. Einen genauen Ablaufplan werde ich auf YouTube, Twitter und Facebook noch einmal hochladen. Und ich hoffe, dass wir mit vielen von euch dort rechnen können. Wir würden uns sehr über eure Anwesenheit freuen. Somit war es das auch erstmal wieder von mir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020